Und Leute, da sind wir wieder zu Z-Pokémon Resolut. Ich bin wieder hier zusammen mit der Dori. Und diesmal klappt das ohne Rollspawn. Juhu! Wir haben jetzt Oski ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt Simdala Level 35, Luxra Level 32, Ibitak Level 30, Riolu Level 30 und Routena Level 30. Soll ich meine auch noch vorstellen? Ja, würde ich mal vorschlagen. Ja! Läuft doch! Ja, läuft doch! Ja! Und ich stehe hier vor der Arena und ich würde sagen, wir knüpfen uns jetzt die Arenaleiterin nochmal vor. Ja! Ich bin jetzt bei der Arenaleiterin. Hoffentlich! Ich bin jetzt bei der Arenaleiterin. Ich bin jetzt bei der Arenaleiterin. Ich guck nochmal, mit wem ich anfangen will. Ich pack mal als erstes Routena nach vorne. So das. Die Arenaleiterin ist aber echt smart aus. Die Arenaleiterin ist aber echt smart aus. Äh, ich hoffe, meine Freundin sagt es nicht. Ja. 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 Du fängst auch mit Routena an. Ja. Du fängst auch mit Routena an. Ja. Okay. Und leider ist Routena das, hat das Routena nicht überlebt. Ich hasse Arenaleiter und ihre Tränke. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich bin im Moment recht zufrieden, dass ich diesmal gewinnen kann. Also ich, äh, glaube, äh, das geht noch. Ich geh jetzt direkt zu Sinsala über. Ich hoffe jetzt mal einfach auf mein Glück. Flux 3 down. Mein Flux Tauri war der Lautstuhl, ok, nein, der ist mir schwachs da. Uh, also den Zierstreit zieht schon gut ab. Aber ein Knirschel überlebt sind soll er trotzdem nicht. Ich glaub das sieht bei mir auch grad ganz düster aus. Aber hallo, also das wird nichts. Ich hab noch Luxtraum und Ibitac, Ibitac nur noch. Ja, das war's, das war's. Ja Leute, das war Fail. Ich würd's vorschlagen wir gehen jetzt diesmal wirklich mal Richtung Süden. Ja. Ich glaub diesmal haben wir keine andere Wahl. Oben... Ne, vor allem da oben werden wir nicht mehr so schnell leveln können. Ja. Ja, das kommt noch zu. Ja, das kommt noch zu. Äh, was wir jetzt haben, auf der Route da unten gibt's einen Daens soweit ich weiß. Hab grad verloren. Nicht genug. Ne. Ja, ich bin schon mal im ersten Kampf auf der Route. Da gibt's auch Sandhands. Okay. Und auch Slimers. Das Magma ist gegen Luxtraum gegangen. Und ein Pampyro hat er. Was haben die Trainer ja nicht alle mit ihrem Pampyro? Da ist jetzt schon der zweite der uns mit dem Pampyro über den Weg läuft. Ja. Ich hab gezählt. Überhitzt. Ja. Das war auch kein Kinderspiel. Ja, du musst auch noch länger trainieren, wenn man saufs eigentlich. Hier ist ne Hülle und es geht auch weiter. Och. Okay, ich wollte in die Hülle gehen und da kommt ein seltsames Viecher auf mich zu. Ja. Ein sprechendes Zoroak. Ja. Ich heiße Lisa. Aha. Ein Zoroak ist im Team von Mirage. Die Typen erinnern mich mehr und mehr Antiplasma. Ja. Ich dachte, es war auch gerade dasselbe bei der Erzählung. Ja. Oh, aber ein sweetes Zoroak. Das sieht geil aus. Okay. Ich hoffe, meine Freundin sieht das nicht. Ja, ganz ehrlich. Die sieht doch wirklich nicht schlecht aus. Ich weiß, die auch nicht. Ja. Für ein Pokémon sieht es doch gut aus. Aber ja, Traumfugil kann nichts. Und hier Sneebel genauso wenig, glaube ich. Ja. Traumfugil gewandelt mit Biss. Sneebel gewandelt mit... Okay, Elisabeth setzt Elisa ein. Äh, müssen wir jetzt gegen sie selbst kämpfen? Die trägt ein Schwert. Was? Sie setzt sich selbst ein. Ist Level 40 und hat ein Schwert in der Hand. Das läuft bei dir auch. Ja, aber sie nutzt nur Schwerthand. Gegen meinen Luchstor kein Problem. Gibt aber nur 7 Erfahrungspunkte. Okay. Dafür bin ich jetzt ein bisschen verarscht. Ja. Jawoll, so viel. Ja. Guck. Ich habe so einiges schon erlebt. Aber das war das Verrutteste. Oh, vorne weg. Welche vorhin war das jetzt nochmal? Zettrömerer. Ah, okay. Ja. Ich vermute mal, den werden wir gleich brauchen. Nur eine Vermutung. Ich bin gerade nochmal kurz heimgegangen. Ja. Ja. Die sind immer noch in der Höhe, da alles klar ok. Ah, da vorne steht noch ein Trainer rum. Noch mega raus. Die zöpfen mir jetzt noch vor. Ok, der andere Trainer, der kommt bei mir noch nicht dran. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Höhle rein. Warte mal kurz, warte, kleine Tauschen. Danke. Danke. So, da sind wir die wieder. Was war? Nix Besonderes. Nix für dich. Nix für die Zuschauer. Gut. Der wird noch ein bisschen schlauisch auf. Oh, ich hab die Stimme... Die Stimme echelt von den Wänden dann den tiefen Höhen zurück. Ich glaube, hier können wir noch gut trainieren. Aber ich hab jetzt schon wieder Schiss vor der nächsten Arena. So streitig. Dann wird's dir noch härter. Ich würd's dir nicht mehr wundern. Nach dem, was wir bisher so alles schon erwähnt haben... Nix. 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 Ja, Leute, dann mache ich jetzt schon wieder einen Cut. Und ich habe heute echt die Schnauze voll von dem Heck. Warum hast du dich dazwischen gespeichert? Ich dachte, ich hätte gespeichert. Ja, abseicher dich. Tut mir leid. Das ist natürlich X-Bügel. Ah, ganz ehrlich? Was denn? Ich habe eh die Schnauze voll für heute. Hallo. Ja, heute kommen wir eh nicht hervor. Wir müssen jetzt eh erst mal bis mindestens 30 Stunden. Ja, ich würde sagen, Leute, das war's dann für heute. Diese Folge wird voraussichtlich am Mittwoch erscheinen. Ja. Oder Donnerstag als erste Folge, wer weiß. Oder was? Oder am Donnerstag als erste Folge, wer weiß. Mal schauen, wie ich das machen werde. Ja. Das musst du wissen, wie du da vorgehst. Wir haben ja jetzt ab diesem Wochenende zehn Videos im Voraus produziert. Ja. Und jetzt wissen wir, was wir an dem Wochenende machen müssen. Vorproduzieren. Ja. Tolle Sache. Und alles nur wegen deiner Arbeit. Ja. Ich habe heute schon die Arbeitszeiten. Ich bin jetzt vor drin. Ja. Tja. Dann würde ich sagen, was war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Bis Donnerstag, Leute. Und ja, wenn wir das so aufnehmen, dann ist es Sonntag. Von daher, bis dann am Tag. Also, oder wahrscheinlich bis morgen. Tschüss. Tja. 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 Tja.